Hey Leute, willkommen zurück zu unserem Kanal. Heute dreht sich alles um die neuesten Schlagzeilen von Let's Dance und es gibt wirklich viel zu reden. In der letzten Live-Show hat Victoria Swarovski uns alle mit einem atemberaubenden royalblauen Kleid verzaubert. Eberholt, Holt, Holt, Holt. Bevor wir weitergehen, gibt es eine Menge Aufregung auf Instagram über ihren Look. Die Kommentare sind durchaus kontrovers und sogar RTL hat sich eingeschaltet. Seit fast sechs Jahren ist Victoria ein fester Bestandteil von Let's Dance, aber leider hat sie sich oft im Kreuzfeuer der Kritik befunden, besonders wegen ihrer Outfits. Diesmal hat sie sich für dieses atemberaubende royalblau entschieden, aber die Meinungen dazu sind geteilt. Einige Fans sehnen sich sogar nach Sylvie Mais zurück. Aber Moment mal, Leute. Es ist okay, über Outfits zu diskutieren, aber Bodyshumming geht gar nicht. Und das hat auch RTL klar gemacht. Nach den negativen Kommentaren haben sie eingegriffen und die Community erinnert, respektvoll zu bleiben. Applaus dafür. Es ist wirklich traurig, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, oder? Aber lasst uns alle zusammenhalten und für eine positive Community stehen. Was denkt ihr über die Situation? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht zu abonnieren und den Kanal zu teilen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Skars!